Also gut, polier mir die Nüsse und gib mir ein Milchshake. Eine Torte, hm? Ist hoffentlich lecker. Hallo. Ich kenne dir gut. Hey. Herzlichen Glückwunsch, Jim ist so eine Muschi. Verzeihung. Steffler? Hey, Jim. Steffler? Steffler, was machst du hier? Hallo Arschloch, Glückwunsch zum Abschluss. Ja, hier hab ich selber gemacht. Das ist echt nicht. Steffler? Hat die Posti vielleicht verwummelt, blödmann? Schuhe, schreibe jetzt doch rum. Ich hab dich durchschaut. Kajun Rektor, hör zu, Steffler. Verdammt, Steffler. Jim, sieh dir an, was du getan hast. Was ich getan hab? Sieh dir die Scheiße an. Was soll ich denn jetzt machen, hä? Bist du jetzt zufrieden, Mann? Bist du jetzt zufrieden? Wieso bist du hier? Mein Schwanz sieht aus wie eine Sprühwurst. Ich hab überall Torte an den Eiern. Jim, Schätzchen. Scheiße. Die Flarities warten. Glaubst du, dass ihr oben hieß, Schatz? Jetzt bist du im Arsch, Jim. Steffler, steh auf. Jim, der Hund ist gut. Ist es pervers, wenn ich's geil finde? Okay, lass es. Was ist da im Esszimmer los? Wir werden von ihm begeistert sein. Oh ja. So echt, Steffler. Hör auf, das zu genießen. Das ist gut. Ich hab ihn. Hör auf, dein Scheißköter. Komm mal deine Hose aus. Oh, das ist nicht so.